mit zwei ist wahrscheinlich ich habe gemeldet ist ganz schön ich auch das wurde besser wurde besser ich muss jede karte lesen und dann bist du da das war ein ist das karte sind da du das karte Ich werde hier. Wie denn? Nicht so problematisch. Dein Zugang. Ich würde gerne ist relativ unwichtig das katsch ich habe ja alles gut das ist okay ich nehme den charme das doof Okay. Okay. Und... Ja, okay. Hm, ich hab' ich gefragt. Ja, mit Winner-Rafennis. Ja. Bitte. Okay. Das ist kein Lieblatt an. Willst du es machen? Ja. Der wäre gut. End of turn? Ja. Das ist end of turn, da kannst du nicht sagen. Hier. Jo. 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 Jo, geht auf. Hier runter. Nehm' ich? Eigentlich gut. Ja, nehm' ich? Das ist okay. Ja, du. Wir zählen jetzt. Ich hab' die Nähe benutzt, so richtig. Ja. Ja, ähm. Für drei. Spielen wir einfach mal die Dame wieder aus. Braust ja keine CP. Ne. Ähm. Herzstücke. Herzstücke. Inchance. Dann. Hand of turn? Dann zieht er noch die Hand zurück? Ja. Ja. Die Nackard. Das ist ganz schön, ehrlich. ich habe zu viele handkarten den zweiten hat gelesen dass der hand geht ich habe ja ich das gerade das sind sieben habe ich schon länger auf der hand lebt haben ich bei uns die auf die hand und die beiden kriegen minus neun jeweils und dann bist du dran schrank hatten nämlich nicht das gerade eine zufällige doch die doch raus bin ich dann hätte ich hier wieder den portiert ja das wollen wir nicht ja stattdessen machen wir das anders nein das karte bismar waren aus dem deck aus dem deck ein spieligkeits nach aus ja ich ziehe gerade durch den effekt die stärke von dem einfach er geht unter die vierte karte um den weg also die fünfte von oben ist das praktisch ich hätte den bismar nicht weg legen dürfen dann bist du dran sonst hätte ich sie jetzt hier ein klären können mit ihrem effekt genau ist okay wer kommt trotzdem durch das passiert davor ja genau das ist wichtig er die karte und dann benutze ich kalt effekt erfahren so meine stimme haben alle jetzt 5.000 bekommen ich brauche ja am ende zu bist von hier kommt er wieder einen stürmer durch egal mit was zusammen oder genau immer wenn ich mit was angeht das karte marsch ja 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 nein ja 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 das karten machen kürze die darfst du selber ok darauf reagiere ich noch ein bisschen ja ein bisschen erst mal gemacht wie das tausend stärke dann ist relativ egal elsa beteil mit der pinelo sie kriegt plus 2000 stärke und hast dann würde sie stemmen und dies bei 4000 ich blog mit war und benutzt pinelo effekt und muss noch eins zahlen bei mir in der pferde der position drei vorstärken dass sie auf 1 geht ich muss ich nicht mal ja das kann ich meine und die aktiviert und dann bist du ich habe und dann benutze ich dann schmeiße ich die ab und die packte bitte um das deck ich weiß dass da keine experts kommen die dir helfen ach so ja 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 ja